Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG. Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Thieme Club. Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Schauen wir jetzt kurz gemeinsam auf die Börse. Vergangene Woche, als wir gesprochen hatten, noch diese Hängepartie nach der Wahl in den USA, wo sich dann Trump selbstgefährlich wie einst Napoleon selber gekrönt hatte. Verfrüht, wie wir dann am Wochenende festgestellt hatten. Und am Montag kam die Börse aus dem Feiern nicht mehr raus. Erst Biden und dann der Corona-Impfstoff aus Mainz. Und es folgte eine Kurs-Explosion. Wahnsinn. Was tun? Nun, man muss die Chancen nutzen. Wir haben jetzt seit Montag eine neue Zeitrechnung. Wir hatten den Jahresanfang gehabt. Da sagte ich, wir kriegen keine Rezession im Jahre 2020, frühestens im Jahr 2021. Meine Prognose ging davon aus, das Wachstum wird weiter sich expandieren können. Und der Börsentrend geht weiter nach oben, trotz der längsten Börsenhäuser in der Börsengeschichte schlechthin. Das war die Ausgangsbasis Anfang Januar. Ich sagte, der DAX-Index kann die 14.000 bis 15.000 Mark erreichen. Ich habe dann, nachdem wir einen guten Januar-Start hatten, aber in der letzten Woche abgekippt sind, gewarnt. Warum? Ich kam von Davos zurück und sagte, mir sind die Nachrichten aus China nicht geheuer. Doch passiert etwas, was wir ignorieren. 700 Millionen Menschen werden eingeschlossen. In Wuhan totale Abschottung. Nicht wahr, kommt doch kein Mensch, keine und rausgehen. Und wir tun so, als ob uns das nicht betreffen würde. Deswegen hatte ich gewarnt und gesagt, bitte nehmt Gewinne mit. Der Februar wird negativ werden. Der Februar wurde alles andere als negativ in den ersten drei Wochen. Ich sagte, bitte nutzt den Anstieg aus der Gewinnmitnahme. Macht bis zu 40 Prozent Kasse, damit ihr Geld habt, euch wieder einkaufen zu können. Und dann kam der Einbruch, größter Einbruch in der Börsengeschichte innerhalb von vier Wochen. Minus 40 Prozent, sowas hatten wir noch nie gesehen. Und am 19. März gab ich dann das Entspannungssignal. Ich sagte, bitte jetzt erste Entspannung, ihr könnt wieder anfangen zu kaufen. Drei Monate, zweieinhalb Monate später maximal, dachte ich, das geht zu schnell. Wir können nicht auf die 12.000 Marke gehen. 13.000 ist Illusion. War falsch. Heiko Thiem hat sich total getäuscht. 50-jährige Börsenerfahrung hat gar nichts genutzt. Aber, jetzt kommt das Entscheidende, wie habe ich mich verhalten? Auch im Club, ich habe gesagt, dieses Niveau ist zu hoch. Wir kriegen Sommerschlachlöcher. Wir haben fünf davon gesehen. Das letzte, was ich dann annonciert hatte, nachdem der August wieder anders war, als ich dachte. Besser nämlich, als ich dachte. Da sage ich, Leute, wir kriegen eine 10- bis 15-prozentige Korrektur. Der DAX wird die 12.000 Marke nicht nur erreichen, sondern unterschreiten. Kauft euch den Exchange-Trade-Fonds auf den DAX ein ab 12.500 bis hin unter 11.500. Das waren 7%. Die letzten 8% konnten wir nicht kaufen, weil wir die 11.000 nicht erreicht haben. Das war im Zeitrappertempo das, was ich aus meiner Sicht gepredigt hatte und gesagt hatte. Das Gleiche auch dem Dow Jones. Beim Dow Jones kam man nur zum 1% im Exchange-Trade-Fonds, weil wir die 26.500 Marke kurzfristig unterschritten hat, aber nie auf die 25.500 Marke zurückkam oder 24.500 oder geschweige denn 23.000. Und jetzt die neue Zeitrechnung. Nach der Wahl, ich hatte immer gesagt, die Wahl ist total offen. Das hat das Ergebnis auch gezeigt. Es ist ein relativ knappes Resultat, was die Wahlmännerstimmen anbetrafen. Aber im Endeffekt wird es deutlicher ausfallen als ursprünglich gedacht. Donald Trump ist kein Verlierer. Er kann nicht verlieren. Er ist aber ein permanenter Verlierer, wenn man seine Geschäftsmisserfolge sieht. Denn er war pleite und zwar mehrfach pleite. Er lügt permanent. Ist für mich deswegen total unakzeptabel als Politiker. Unakzeptabel, um im höchsten politischen Amt der Welt zu regieren. Er kämpft bis zum Letzten, wird absolut verlieren. Es ist eine Peinlichkeit, wie jetzt Biden gesagt hat. Und nun der Vergleich, den ich hier anbringen möchte. Wir haben eine neue Zeitrechnung. Seitdem Biontech aus Mainz in Kooperation mit Pfizer die Ergebnisse hat in der Phase 3, die jetzt öffentlich dann vorgestellt werden und auf Zulassung drängen, was vor Jahresende dann auch der Fall sein wird. Mit einer Zuverlässigkeit von bisher ist es indiziert 90 Prozent oder mehr. Und damit ist eine neue Zeitrechnung gekommen. Wir haben die Zeitrechnung gehabt vor Corona. Das ging bis Ende Januar. Dann haben wir die Zeitrechnung während Corona gehabt. Totale Umstellung, total andere Welt. Eine Abstattung, die wir in 100 Jahren dieser Form noch nie erlebt hatten. Damit mussten wir fertig werden. Und wir müssen damit auch mindestens weitere zwei bis vier Monate leben. Ohne das geht es nicht. Wir haben aber einen Impfstoff. Und jetzt haben wir heute die neue Nachricht. Auch Russland hat mit seinen Impfstoff, wo sie alle Risiken ignoriert hatten. Das kann man in einem totalitären Regime machen, nicht wahr? Da wird gespritzt, nicht wahr? Auch wenn man sagt, naja, wir wissen noch nicht, wie es funktioniert. Aber sie sagen, wir haben über 92 Prozent Erfolgsratio. Wenn die Russen auch einen Impfstoff haben. Und wir kommen dann noch mit Johnson & Johnson mit einem weiteren Impfstoff an. Wir kommen mit Sanofi mit einem Impfstoff an. Wir werden drei bis sechs Impfstoffe in den nächsten vier Monaten haben, die das Corona-Problem in den Griff bekommen können. Das dauert aber, wenn wir einmal die absolut wichtigsten Personen, die Ärzte, die Krankenschwestern etc. dieses Personal hier erstmal geimpft haben. Das geht bis zum Anfang des zweiten Quartals im nächsten Jahr über die Bühne. Dann kommt die Älteren dran. Leute wie ich zum Beispiel mit 77, nicht wahr, sind da gefragt. Einige halten sich zurück. Aber die meisten werden dann doch kommen, weil ihnen klar wird, dass das die Garantie ist, länger leben zu können. Wie sehen Sie das? Würden Sie sich jetzt schon impfen lassen oder vielleicht doch noch ein bisschen abwarten? Wirkt das so und was gibt es mit Nebenwirkungen? Also unter uns gesagt, ich habe mich noch nie impfen lassen. Ich habe weder den Impfstoff gegen Grippe genommen. Ich komme ja aus einer Medizinerfamilie. Ich vertraue mir auf die Natur. Aber jetzt bei Corona würde ich mich selbstverständlich impfen lassen. Und warum? Ich möchte wieder Leute umarmen. Ich möchte wieder in die Öffentlichkeit hineinkommen. Ich möchte auch wieder Börsentage erleben physisch. Die ich jetzt auf der Zoom-Seite, nicht wahr, durchaus in entspannter Form machen kann. Kostet mich weit weniger Zeitaufwand. Ist weitaus preislich günstiger, als die Reisen hin und her und so weiter und so fort zu machen. Aber ich möchte mich natürlich mit meinen Enkeln wiedersehen. Und meinen Freunden und so weiter und der Familie. Und deswegen würde ich mich impfen lassen. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko-Thieme-Club. Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko-Thieme-Club, um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu klicken Sie auf den unten stehenden Link.